Es gibt auch hier im Westen so manche Missverständnisse in Bezug auf Bodhicitta. Wenn wir vom Entschluss der Bodhisattvas hören, die leidenden Wesen sind zahllos, möge ich sie alle befreien, sind wir möglicherweise nicht zutiefst inspiriert, sondern fallen in Panik. Was? Ich muss die alle befreien? Überforderung, Stress und Burnout sind die Szenarien, die vor unserem geistigen Auge auftauchen. Das ist verständlich. Wenn uns lange genug gesagt wurde, wir müssten Bodhicitta haben, zwingen wir uns vielleicht gar zu glauben, wir hätten es. Aber jedes Mal, wenn unser Verhalten uns das Gegenteil vor Augen führt, fühlen wir uns frustriert und überfordert. Hier noch einmal Joseph Goldstein. Ist Bodhicitta ein realistisches Bestreben für uns? Ist es wirklich möglich, eine solch altruistische Motivation zu erzeugen, wenn man die vielfältige Mischung unterschiedlicher Eigenschaften in unserem Herzen und in unserem Geist in Betracht zieht? Er zitiert den Dalai Lama, der in seiner üblichen Bescheidenheit gesagt haben soll, Ich kann nicht behaupten, die Praxis vom Bodhicitta verwirklicht zu haben. Aber tief in mir drin verstehe ich, wie wertvoll und hilfreich es ist. Wenn auch wir erkennen, wie wertvoll und hilfreich diese Haltung ist, pflanzen wir die Saat vom Bodhicitta in unser Herz und in unser Leben und lassen sie Wurzeln schlagen und wachsen. Ein weiteres Missverständnis betrifft das Sich-Ausschließen aus der Familie der Lebewesen. Sich um alle Wesen zu kümmern, heißt für manche, um alle, außer sich selbst. Tatsächlich wird die eigene Person, entsprechend gewissen buddhistischen Belehrungen, ganz explizit ausgeschlossen, während alle anderen sehr viel höher geschätzt werden. Weil wir westlichen Menschen oft an mangelnder Selbstwertschätzung leiden, sind wir aber gut beraten, in diesem Punkt sehr vorsichtig zu sein. Uns behindert möglicherweise die tiefsitzende Überzeugung, vermutlich aus christlich-abendländischer Prägung, Ich selbst verdiene nicht gleich viel Respekt und Wertschätzung wie alle anderen. Vielleicht findet man es sogar ungehörig, Güte, Mitgefühl und Wertschätzung für sich selbst zu kultivieren. Zweifellos sind wir eines von allen Lebewesen und gleich wichtig wären jedes andere von ihnen. Wenn wir uns ausschließen, machen wir uns in Wahrheit sehr besonders, selbst wenn wir es abwertend tun. Ich bin weniger wichtig als sieben Milliarden anderer Erdenmenschen. Da halten wir uns für sehr speziell in unserer Unwichtigkeit. Uns selbst mit einzuschließen in alle Lebewesen, auch wenn sich das vielleicht nicht selbstverständlich anfühlt, vertieft unser Gefühl der Verbundenheit, statt uns besonders zu machen. Bodhicitta kann uns also aus der Enge der Selbstzentriertheit und ihren Folgen befreien. Diese altruistische Haltung wird, im Gegensatz zu einer chronischen Krankheit, mit einem wunscherfüllenden Juwel verglichen. Bodhicitta ist das Bestreben, die tieferliegenden Bedürfnisse und Wünsche der Lebewesen zu erfüllen und ihnen das zu bieten, was heilsame und glückliche Zustände verschafft. Dadurch werden auch in uns selbst heilsame Kräfte wach. Bodhicitta ist eine Win-Win-Haltung. Sollte diese positive Wirkung nicht eintreten, haben wir die Praxis falsch verstanden oder sie nicht wirklich angewendet. Shantideva schrieb dem bekannten Vers Was brauche ich noch viel zu erklären? Die Kindischen arbeiten nur für ihren eigenen Vorteil. Die Buddhas arbeiten zum Wohle aller. Schaut euch nur den Unterschied zwischen ihnen an. Schaut euch nicht nur den Unterschied zwischen ihnen an. Schaut euch nicht ausprobieren, Schaut euch nicht ausprobieren. Schaut euch nicht ausprobieren? Ich bin ausprobieren.